Und dann auch schon zu Uncharted 4 Multiplayer, die Beta, die schauen wir uns mal an. Schon mal reingeschnuppert, hab auch schon mal ne Aufnahme gemacht, aber die war nicht so optimal, sag ich mal. Gucken wir mal, ob das jetzt besser ist. Nach gewissen Einstellungen, der Capture. Das war jetzt auch schon bei ZL, das Quarles Online. Dass ich ihn nicht korrekt rendern konnte, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele Einstellungen probiert. Wir probieren es jetzt einfach nochmal mit Uncharted. Ich hoffe es funktioniert. So, Match finden, Team Deathmatch. Ich hoffe wir finden schnell was. Und, dass wir dann jetzt einfach mal reinschnuppern können. Ausrüstungsset, ich hab auch schon mal ein eigenes erstellt hier. Und, ja, ich hoffe mal, dass das jetzt alles ganz gut läuft, sag ich mal. Wenn er jetzt hier dann auch dementsprechend ein Match findet, ist ja dann auch so ne Frage. Herausforderungen gibt's dann hier noch mit 5 Teammitglieder wieder beleben. Dann braucht man nur noch eins. Wie gesagt, ich hab drei Spiele gewinnen. Hab da schon mal Aufnahmen gemacht. Die sind aber nicht so geglückt. Option. Audio. Lautstärke. Effekt manchmal ein bisschen runter. Filme. Chat. Braucht man gar nicht hören. Manchmal ganz weg. Muss nicht unbedingt sein. So. Ausgabe. Audio. Ox. Kanäle. Zentrale. Und, ja. Schade. Hat er ein Spiel gefunden. Wir nehmen die eigene Ausrüstung. Wir nehmen... Mh, komm, Mason. Ja, war ja zuhörbar. Sie können Rollen um Nahkampfangriffen ausweichen. Dann wollen wir mal... Oh, haben viele Nächsten. Äh. Der gefakte... Wir laufen mal hier lang. So. Aufpassen. So. Ja. Der war natürlich super. Ja, ja, ja. Komm. Da geben wir schon ein schönes Duell. Man hört. Du, 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 du. So. So. So, abseilen können wir uns auch. Knapp runter. Fast runtergefallen. So. Oh, hinter uns. Sollten wir natürlich auch aufpassen. Stress-Test-Dismash-Spieler-Modus von Uncharted 4. So. Wir können die Granaten-Upgrade machen. Können wir hier auch so upgraden. So wie bei... Äh. The Last of Us. Grafisch sieht's echt geil aus, ne? Muss man echt sagen. Und das im... Multiplayer. Ist schon nice. Eben nachladen. Rollen können wir uns hier natürlich auch. Die Spring-Animationen und Kletter-Animationen sind auch episch. Ein Relikt haben wir gefunden. So. Ui. Ah, fuck. Obwohl ich hinter der Mauer war. Sind wir hier jetzt runter? Und ich glaube, hier rettet uns auch niemand. Zu weit entfernt. Bringen wir uns einfach mal eben selber um. Wir können... Oh. Haben aber nicht genug Geld für... Oder Punkte. So. Wie gesagt, der Multiplayer ist richtig, richtig nice. Macht mir auch richtig, richtig fun eigentlich. Ui. Fuck. War mal eingekesselt. Von den Gegnern. So. Da sieht man das. Wir können uns auch so einen... Helfer rufen. Der uns dann hilft. Oh. Wow. Hier können wir uns dann... ...rüber hangeln. Wenn alles gut läuft. Guck mal. Eine Granate haben wir auch. Was? Ihnen ist nichts passiert. Laber nicht. War noch voll in der Explosion, oder nicht? Ich bin gut an. Ich bin gut an. Bessere Aufnahmen gibt's. Wie gesagt, das ist richtig, richtig nice gemacht. Mach richtig, richtig Bock. Das Game. auch so wie man... Auch so wie man... Man kann auch, äh... ...die Waffenseite wechseln. So wie man das kennt. So, zack. So. Vorlage haben wir abgeliefert. Ich habe mal 25 Punkte. Ja, da 940 Punkte haben wir. Wir können... ...mal so einen Helfer rufen. Der begleitet uns dann. So. Dumm, 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 dumm. Wo seid ihr da? Da hinten. Hangeln sie rum. So. Da war auch einer. Fuck. Ich dachte, unser Helfer hilft uns da noch ein bisschen. Komm, holt er sich den. Holt er sich den. Angriff von Helfer. 10 Punkte. So. Aber wir sind tot. Und... Ich glaube, der Helfer bleibt dann noch da. Jupp. Der macht dann noch... ...weiter seine Runde. Ganz nice finde ich das eigentlich. So. Helfer verloren. Jetzt ist er tot. Die sind alle da hinten. Oder einer zumindest. Oh, nein, 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 nein. So. Können wir hier hoch? Nein, ne? Wo, 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 wo. Ah, fuck. Mann, ich weiß nicht, wo die anderen sind. So. So. Upsala. Wollte ich jetzt nicht. So. 35 Tode muss man haben. Also ist das Ziel. So. Königstöter. Uh. Den haben wir. Fuck. Tja, Jungs. Ihr müsst da schon helfen. Ach so, 1000. 300 kostet der jetzt. So. Haben wir den uns im Nahkampf geholt. Auch ne coole Sache. Jopens haben uns beide niedergemetzelt hier. Ja. Hilft eh keiner. Eben. Bei ihnen. Kommen sie. Bei mir. Nicht. So. Acht Kills brauchen wir noch. Und die brauchen auch nur noch. Elf. Können wir uns rüberhangeln? Das finde ich übertrieben geil, muss ich sagen. Wo? Fuck. Mist, 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 Mist. Maximum machen wir uns jetzt die Granate. Zum. Finale hin. So. Noch ein Relikt gefunden. Wir müssen aufpassen. Wir lassen ihn mal vor. So. Haben wir den. Weg hier. So. Also, die sind hier rechts. Oh, oh. Diesen Geist muss ich nur aufpassen. Nein, 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 nein. Och, Mann. Vergessen. So, die schmeißen alle ihre Seile hier. Man kann die auch so halten wie da. Ist schon cool. Sich dann später mal eben abseilen. So, 33, 30. So, Marketenwerfer gibt es auch. Den hat der Kollege jetzt da. So. Da. Meine Granate hat jetzt nicht bumm gemacht. Ja. Wir haben Achtblick Killed. Sechs K.O.s. Reanimation keine. Vorlagen drei. Und elfmal sind wir gestorben. Punktefreie Schaltung nach 10.000 Dollar. So, Relikte gefunden. Zwei. Abgeschlossen.